Herzlich willkommen zu Herdcore, der heißesten Kochshow und zwar nicht wegen des Feuers, sondern wegen dem unglaublichen Haag. Gelernt in der gehobenen Gastronomie, heute hier bei uns im Abbau. Schön, dass du hier bist. Ich wohne hier. Natürlich bin ich hier. Wir wohnen beide hier, aber ich dachte, für die Anmoderation kann man das trotzdem gut machen. Ich habe die ganzen Pläne und so weiter gelesen, aber vielleicht möchtest du noch einmal erklären, was kochen wir eigentlich heute? Wir kochen heute sehr fleischlastiges Essen und zwar haben wir einmal einen Pull-It-Pork-Burger, wo wir komplett alles selber machen. Vom Smoken des Fleisches bis hin zu den Brioche-Brötchen. Dann nebenbei gibt es noch mal eine geschmorte Wildschwein-Schulter, aber auf asiatische Art und Weise und da werden wir mal so ein paar Kulturen heute zusammen mixen und vermischen. Mal gucken, was das wird. Ja, ich sehe schon den Bamboo aus und so weiter. Genau, wir haben ja schon ein paar Produkte liegen, aber das Wichtigste kommt ja jetzt erst. Muss ich gern schon auftragen? Ja, und zwar am Anfang, wenn wir das Fleisch haben, auf jeden Fall schützt man sich in diesen Dingern in der Küche nicht. Ja, aber du wechselst sie auch alle paar Sekunden gefühlt, von daher haben wir dann sehr krassen Verbrauch. Ja, das Stück Fleisch wurde uns von unserem Vermieter zur Verfügung gestellt. Mehr Bio-Gebmilch, frisch aus dem Wald, ein schönes Wildschwein war das mal, ne? Ja, eine Bache, weibliches Wildschwein und die ist auch sehr fettig gewesen und das ist gut, das brauchen wir. Henni, pack mal mit an hier. Gut eingewickelt auf jeden Fall. Ja, hier haben wir jetzt einmal eine komplette Wildschweinkeule, komplett schön frisch. Das Brett ist fast zu klein und die zerlegen wir jetzt einmal, dass wir verschiedene Stücke haben. Wir wollen, hier oben ist die Haxe, die... Das ist alles fett, oder? Das ist alles komplett fett, genau. Hier sind keine Seen, hier sind die Seen, das ist die Silberhaut, aber das ist hier komplett fett, aber auch sehr dick, sehr schön. Genau, und wir werden jetzt hier einmal den Knochen rausnehmen, der ist hier und hier geht er lang. Genau, und hier geht er lang, hier oben die Haxe. Ich denke mal, die können wir so lassen mit Knochen und die packen wir schon auf dem Grill und das wird das Asiatische. Dann nehmen wir uns hier noch ein Teil von weg und den Rest schneiden wir klein und machen da Pullet-Pork draus. Ja, alles klar. Das klingt ja erstmal nicht so kompliziert. Naja, nicht so kompliziert ist gut. Jetzt geht's ja los. Dass du hier den Knochen hast, muss das Ganze jetzt entbeinen. Gibt es irgendwas, worauf man achten sollte, wenn man den Knochen rausschneidet? Immer schön am Knochen schneiden, damit du so wenig Verlust wie möglich hast. Mein Ausbilder damals hat immer gesagt, das Tier oder das Stück kannst du auch immer ordentlich bewegen, das ist schon tot. Also von daher. Ein weiser Ausbilder. Genau, und jetzt hast du hier den Vorteil, dass das Messer schön sich biegen kann und dann kannst du schön auf den Knochen drücken und das Ganze lösen. Ich habe was ins Gesicht bekommen davon. Ja, das ist mit ganzem Körperarbeiten. So, Annie, aber du kannst nebenbei schon mal das Feuer kontrollieren. Wir haben da ein kleines und wir haben da hinten in der Tonne ein Feuer. In der Tonne das Feuer, da brauchen wir immer Glut für den Smoker. Den kannst du auch schon mal... Oh, ist komplett aus. Genau, einmal aufmachen und den laden da... Achso, von hier rein. Genau, von da. Der Smoker soll ja vorgeheizt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche Temperatur streben wir denn da an? Wir sind heute zwischen 110 und 150 Grad. Und wir brauchen eine Kerntemperatur für das Pulled Pork von 92 bis 95 Grad. Und wenn wir das erreicht haben, ist das fertig. Dauert aber auch ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Ein bisschen länger. Also, wir sind zwischen fünf und sieben Stunden heute wahrscheinlich dabei mit dem Pulled Pork. Die geschmorte Geschichte, die geht relativ schnell. Drei bis vier Stunden. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das zu verschnellern, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will das nachkochen, aber irgendwie sieben Stunden dafür ist der Hunger zu groß? Naja, also normalerweise machst du Pulled Pork zwischen zehn und zwanzig Stunden. Das heißt auch meistens über Nacht. Wir können das aber beschleunigen mit Alufolie. Du hast beim Garen einen bestimmten Vorgang, wo die Kerntemperatur sich kaum verändert. Und das ist für das Fleisch sehr wichtig. Das kannst du aber mit Alufolie umgehen. Kannst dir deswegen so zwei, drei Stunden auf jeden Fall sparen. Verschlechtert sich irgendwie die Qualität, wenn man mit Alufolie schiebt? Ne, viele sagen, das ist dann noch saftiger. Okay. Weil der Saft direkt noch drin bleibt. Boah. Soll ich alles komplett von dem Ding reinpacken oder reicht so ein bisschen erst mal? Wunderbar. Das ist wunderbar, genau. Dann einmal zumachen und hier außen einmal öffnen, damit er schon mal ein bisschen anzieht und dann heizen wir ihn erst mal so ein. Wahrscheinlich musst du gleich noch ein bisschen mehr Kohle reinmachen. Okay, ich habe dieses Rad jetzt einmal komplett hier aufgemacht oder die ganze Klappe auf? Die Klappe. Okay. Und den Schornstein aufmachen. Den kannst du einmal so ein bisschen rumdrehen. Okay, qualmt schon. Sehr schön. So, wir haben hier schon mal den Knochen. Da gehen wir jetzt immer weiter. Das ist ja richtige Knochenarbeit. Da können wir schön von essen die Tage. Es sind bestimmt auch einige Vegetarier unter den Zuschauern. Unter den Imaginären. Oder Imaginären. Nein, hier im Publikum. Wir haben ja ein komplettes Publikum hier im Garten. Wir haben Kohen einfach mal ignoriert und 200 Leute zur Talkshow eingeladen. Genau, aber die sollen so leise sein, dass man denkt, die sind gar nicht da. Genau. Das macht ihr super. Okay, und heute wollen wir das Ganze ja auch asiatisch machen, das geschmorte Wildschwein. Dazu nehmen wir auch typische asiatische Produkte, aber nicht nur, sondern ich finde das immer blöd, sich auf eine Sache zu beschränken. Und warum kann man nicht mal was Asiatisches mit irgendwas Deutsch machen oder was Italienisches oder so. Aber es kriegt auf jeden Fall diesen Bambus, Soja. Den man normal auch kennt. Okay, also sehr multikulturell heute am Start. Und da ist jetzt so ein Knubbel, den ich da irgendwie sehe. Das ist ein Gelenk. Genau, genau. Und da gehe ich einmal mit dem Messer nur kurz rein. Ja. Ich mache einen kleinen Cut. Die Sehne noch. Und kann einen kompletten Knochen trennen. Den verwerten wir auch irgendwie noch oder ist das jetzt Abfall? Den packen wir mit in den Schmortopf nachher. Das gibt noch schönen Geschmack. Den rösten wir auch mit an. Dazu kannst du mal richtig schönes, großes Fire jetzt machen. Auf beiden Seiten oder auf der einen Seite? Ne, auf der einen Seite. Aber die kleinen, da kannst du mal ordentlich was nehmen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Handschuhe schmelzen. Na, Quatsch. Und wenn merkst du das früh genug? Aber dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Du hast mich nicht beruhigt. Ja, sag mal, wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen? Ich habe früher mal gejobbt neben der Schule und habe in vielen Restaurants da in Norderstedt einfach Geld verdient und stumpfe Arbeiten gemacht. Und habe mir dann irgendwann, kam ich auch mal auf den Posten und habe nicht nur gespült. Und dann habe ich mir auch mal Kochmesser gekauft und dann habe ich eins geschenkt bekommen. Und dann hatte ich eine Kochjacke und dann war ich mit der zehnten durch und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Da ich schon alles hatte, habe ich dann erst mal mit Kochen angefangen. Und währenddessen, die harte Ausbildung und Co., habe ich das dann irgendwann angefangen zu lieben. Und seitdem koche ich eigentlich immer, überall, wo ich bin. Du hast mir mal erzählt, du hast auch in einer gehobenen Gastronomie das Kochen quasi erlernt. Genau, in einem Restaurantplatz 14 in Hamburg. Das ist schon eine Hausnummer. Aber muss ich dazu gestehen, auch nicht lange durchgehalten. Acht Monate und dann war ich da erst mal raus. Weil das dann doch ein bisschen, man kennt das ja, Kochen und Co. ist halt... Ich habe ja ein paar Gastronomie-Erfahrungen in meinem Leben auch machen können. Allerdings nicht als Koch natürlich. Und in der Gastroherstelle in Cesarauer Thorn, da geht es schon richtig zu in der Küche. Das ist noch lieb gesagt. Ja, was du mir da erzählt hast, was du für Arbeitszeiten, du da auch in der Ausbildung hattest, das war schon ordentlich. Was meint es so, teilweise da 10, 12, 16 Stunden oder so irgendwie gewesen? Das war Standard, jeden Tag eigentlich. Ja, sechs Tage, Woche, Berufsschulzeit, währenddessen auch noch arbeiten und alles. Aber das macht irgendwo ja auch den Reiz in der Gastro, ne? Ja, man kennt das ja, die Leute sind da ja auch meist ein bisschen verrückter. Also nicht, dass ich das bin, ganz und gar nicht. Warum lachst du, Hanno? Guck mal, hier sieht man das gut. Du darfst sie aber nicht durch mich ablenken lassen. Oh, ja, da sieht man das Gelenk jetzt richtig, okay. Sieht ein bisschen aus wie eine Seilwinde. Ja, Wildschweine haben auch eine Seilwinde im Bein. Na, kriegst du das hin? Nein. Bist du aber den Profi ranlassen? Ja, weil ich dir das hier schon beigebracht habe, ja. So, wie sieht denn das aus mit dem Feuer? Ja, wir sind jetzt hier bei 110 Grad. Das ist doch gut, oder? Ja, das ist perfekt. Dann kannst du jetzt die Klappe unten ein bisschen zu machen oder ein bisschen weiter ran machen. Ja. Und dann fängt er an, mehr zu rauchen, ne? Ja, dann behält er auch die Temperatur, dann wird er nicht so heiß. Jawoll. So, jetzt haben wir es doch. Was wollen wir denn gleich schön auf den Grill packen? Das Stück hier, eine schöne Haxe. Ich hatte eigentlich vor, mehrere Tage nichts zu essen. 30-Kunden-Regel? Nein, nein. Das packen wir erstmal an die Seite. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es in der Küche in den Müll kommt. Dachtest du mir, wenn man da gefallen ist? Tatsache, nein. Tatsache ist, in den meisten Küchen, auch in den gehobenen Küchen, geht das wieder auf den Teller und dann an den Gast. Also, das ist wirklich... Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Aber das funktioniert hier heute leider nicht. Nee. Aber, also, es ist wirklich... Wenn Menschen wissen würden, was in der Küche abgeht, würden die meisten, glaube ich, nicht mehr essen gehen. Ich finde das immer sehr interessant, weil meistens die Leute halt gerade aus den Gastronomien, in denen sie arbeiten, dort auf jeden Fall nicht mehr essen. Ich habe ein paar Mal gehört. So, guck mal, das ist hier gleich dein Workflow. So, du darfst das hier gleich würzen. Das ist jetzt komplett knochenfrei, ne? Ja. Und hier ist sehr viel Fett dran. Kannst du für mich noch einmal kurz aufschlüsseln, was jetzt quasi genau für welchen Teil des Rezeptes verwendet wird und was genau am Ende daraus wird? Okay. Das hier wird Pulled Pork. Ja. Und das Ganze hier mit der Haxe geht gleich auf den Grill und das wird das Schmorgericht auf asiatische Art. Okay, das wird das also jetzt schmorgericht, das wird das Pulled Pork. Wir müssen aber als erstes hiermit starten, weil das am längsten dauert. Das heißt, das kommt weg. Und das hier darfst du jetzt einmal richtig geil würzen. Geil. Was war's denn? Und zwar haben wir da eine Roop, das ist... Trockenmandarinen und Barbecue-Rub. Genau. Was ist das? Spicy, das ist scharf und sehr exotisch, also auch süß. Und damit reiben wir das Fleisch jetzt hier ein. Riecht gut. Also auch richtig deftig oder... Ja, ja, da kannst du jetzt mal richtig schön mal ein... Ja, hau rauf. Sonst die andere, genau. Nehme jetzt mal den Großen, ne? Genau. Ja. Und dann einfach einreiben. Genau. Den schön einmassieren. Wahrscheinlich brauchen wir noch mehr. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen komisch dabei, seitdem du das Einmassieren nennst. Du musst das mit Liebe behandeln. Du musst die Produkte, die du verwendest, auch immer so behandeln, wenn ich die Azubis im Kühlschrank sehe, dass sie so einen Rotkohlkopf auf so einen Salatkopf schmeißen und ich denke so, nein, das ist mal dieser arme Salatkopf. Okay, also auch so ein bisschen zureden. Genau. Du kannst mit dem schön sprechen. Also wenn du in der Küche stehst und neben dir mal ein Koch steht und fängt auf einmal mit der Ananas zu reden, das ist normal. Aber der hat eine Verbindung und eine Beziehung zu der Ananas. Das sieht gut aus. Und wir müssen jetzt immer gucken, dass wir genügend Hals auch nachlegen, dass wir immer Kohle haben. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Normalerweise macht man das einen Tag früher, aber dann hätten wir das jetzt hier nicht schön frisch zerlegen können und alles. Aber eigentlich 24 Stunden vorher. Also das Gewürz, wenn man das ein bisschen so stehen lässt, zieht ins Fleisch ein. Genau. Deswegen massiert man das auch so ein quasi. Ja. Okay. Was es auch noch gibt, das macht man auch zum Teil 2, 3, 4, 5 Tage vorher. Das Pökeln, das können wir jetzt einmal nur mal ein bisschen zeigen. Und zwar nehmen wir dafür ein bisschen Apfelsaft. Ja. Apfelsaft oder Ananas ist immer gut für dieses Barbecue auch aus Texas oder so. Das nehmen die auch immer für Pulled Pork. Dann hat man eigentlich auch Pökelsalz oder auch Normales. Wir nehmen jetzt mal Normales. Pökeln ist irgendwie so ein Ding, das verbinde ich mit Mittelalter. Pökeln? Mit Mittelalter? Aber jetzt fühle ich mich aber wirklich wie in so einer Sonntags-Kochshow. Und die dann über das Mittelalter so reden und voll abschweifen und dann, ach ja. Okay, finde ich gut. Ja, aber Pökeln, war das nicht irgendwie so ein Mechanismus, um das auch haltbar zu machen? Genau. Okay. Genau. Das ist im Endeffekt eine GAR-Methode, wenn du jetzt was beizt. Was ist beizen? Das ist... Hack, du musst uns hier alles erklären. Ja, ich merke schon. Du musst aufpassen, was ich sage. Beizen ist, wenn du zum Beispiel einen Lachs beizt, eine ganze Seite, dann machst du eine Salz-Zuckermischung. Aber auf einen so eine Seite auch Kilo-weise dann rauf, dass der richtig da drin liegt. Denn mit verschiedenen Kräutern, Zitrone, Thymian, Dill, whatever. Und das Ganze lässt du drei, vier Tage stehen und dann wird er richtig fest. Dann schneidest du den auf und dann ist das ein gepökelter Lachs. So, und hier hat man vorne kleine Löcher drin. Ja. Und dann spritzt man einfach ins Fleisch, das ist eigentlich auch eine Sauerei, und drückt das so rein. Macht das dann hier und so geht das die ganze Zeit. Und dann ist jetzt dieses Salz mit dem Saft schon drin. Aber das, wie gesagt, macht man eigentlich viel früher. Genau. Und das Ganze können wir jetzt mal reinpacken. Geil! Okay. So, Temperatur ist... Wo sind wir? Wir müssen das nachher relativ stabil halten. Das müsste 125 sein, so 110. Wenn wir das so die ganze Zeit halten, ist das top. Das sind Lavasteine, die du da jetzt auch drin hast? Genau, die habe ich jetzt so reingepackt, weil wir sie überhaben und die speichern Hitze. Und dadurch hast du es ein bisschen einfacher, dass du die Temperatur auch hältst, wenn du da zusätzlich nochmal Lavasteine drin hast. Das sieht schon richtig gut aus. Das sieht eigentlich schon fertig aus, ne? Eigentlich sieht es wirklich schon fertig aus, ja. Okay, wir müssen warten, genau. Dann können wir das schon mal startklar machen. Ich habe so Angst, dass die Handschuhe an meinen Fingern fest schmelzen. Boah, ich habe eine ganz, ganz schwere Frage. Okay. Was ist dein Lieblingsgericht? Was ich am liebsten esse oder am liebsten koche? Ha! Beides. Ja, ich wusste es. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich mache am liebsten... Spaghetti mit Tomasensauce. Ja, und auch für beides die Antwort. Was? Wirklich? Nein, nein. Am liebsten koche ich, glaube ich, so Eintöpfe oder auch so asiatische Sachen. Und Essen? Weiß ich nicht. Ich finde Vanillepudding echt geil, muss ich sagen. Also ohne Scheiß jetzt. Ja, ja. Creme Brulee oder sowas oder irgendwie so Süßes mit Vanille ist schon echt geil. Vanillepudding, okay. Das habe ich noch nie gesagt. So, den Breter haben wir auch hier. Wo ist der? Irgendwo muss der Breter stehen. Ja, sicher? Ich habe den noch nicht gesehen heute. Ah, hier. Ja, genau. Den brauchen wir auch gleich. Oh, mein Gott, komm schon Hunger. Und dann kannst du mal das andere Fleisch nur salzen. Das können wir auch hier drauf machen. Das salzen? Ja. Einmal hier drauf. Salz ist das hier. Kannst du das so unterscheiden von da? Ja, das eine Salz glänzt mehr. Nee, Zucker glänzt mehr, oder? Ja, aber ich habe das umgefüllt, deswegen weiß ich das. Gut oder so leicht? Ja, kann gut. Also nicht, ja, mach mal lieber mit der Hand. Okay, das war es jetzt. Aber doch, so ist okay. Vielleicht ein bisschen weniger. Genau. Einmal nochmal umdrehen. Warum schneidest du das jetzt an? Damit sich das erstens nicht so biegt. Und damit man nachher diese crunchy Kruste zum Teil auch wieder kriegen könnte. Okay. Das andere Stück kannst du auch mal holen. Und das hauen wir jetzt einfach direkt einmal so rauf. Das Ganze kommt dann in den Breter. Das wird jetzt angebraten. Warum? Damit das Röstarom kriegt. Immer der Klassiker, wenn ich irgendwas beim Kochen verbrenne. Für den Röstarom. Das ist so schade, dass man über so eine Kamera ein bisschen Brücke inertragen kriegt. Das ist echt schade drum. Ihr müsst uns da einfach glauben, dass es sehr, sehr gut riecht. Wow. Echt gut. Okay, Temperatur einmal beim Smoker checken. Ja. Oh, ist unter 100 Grad gesungen. Ich habe einen schlechten Job gemacht. Das heißt, du musst jetzt hier entweder Holz oder du nimmst hier ein bisschen Glut. Aber du kannst auch mal ein Stückchen Holz mit draufpacken. Ich verzichte jetzt auf die Handschuhe. Ich habe Angst. So. Noch mal zu den Handschuhen. Ich fand vorhin diesen Einkommen in Taus der Regie ein bisschen wild, dass es Minimo einmal eine Verbrennung zweiten Grades geben muss heute. Das kriegen wir noch hin. Also wenn ich dir dazu gucke. Oh, da sind die Röstaromen. Sollte das jetzt so schwarz? Ja. Okay. Das kann ruhig so. Auf jeden Fall. Und dann holen wir gleich den Bräter. Da kannst du mal eine Zwiebel schon mal fertig machen. Geil. Zwiebel schneiden. Der beste Job in der Küche. Das Ganze gleich auch noch. Und das kommt dann gleich in den Bräter mit rein? Genau. Und gibt dann auch in diesem Sud Geschmack ab? Oder wie kann man sich das vorstellen? Auf jeden Fall. Du haust das ja hier rein. Wir braten das schön an. Und dann löschen wir das Ganze mit einem Pflaumenwein ab. Da haben wir dann schon die ersten asiatischen Produkte. Das ist auch ein sehr süßes Zeug. Ja. So, und dann können wir den hier einmal probieren. Hörst du schon, was da hinter uns abgeht? Das ist gut am Boden da. Ja. Geil. Einmal zum Probieren. Du musst ja deine Produkte auch kennen. Boah, der ist mega lecker. Die Bibel können wir schon mal reinhauen. Und wir haben da vorne Sesamöl. Das kannst du einmal mit in den Bräter kippen. Wie viel? Boah, mach mal was rein. Oh, guck mal. Jetzt gleich. Nein, nicht so viel. Ja, und dann kannst du die Zwiebel mal mit rein schmeißen, da. Jawohl. Da drin ist ja richtig Action. Wie viel Krater das jetzt ungefähr? Warte mal, wir haben doch so ein Thermometer-Dings da, oder nicht? Ja. Wie funktioniert das? Ah, das ist hier festgebunden. Ja, aber das kannst du abnehmen? Ach nee, kannst du nicht. Doch. So. Genau. Das Thermometer benutzen wir später für den Smoker, für das Fleisch. Guck mal. Und das kannst du jetzt hier hinstellen. Das kannst du dir an dein Gürtel machen. Und dann kannst du das hier reinhalten. Und dann siehst du da gleich die Temperatur. 130. Mit einer sehr, sehr schönen Animation einer Kuh. Genau. Ja, da kannst du verschiedene Gasstufen und so was reinstellen. Ah, okay. Das wäre jetzt logischerweise well dann. Ja. Okay. Hier drin sitzen wir jetzt ein bisschen die Zwiebel an. Machen da irgendwie noch ein bisschen mehr Dampf gleich. Und dann flambieren wir das einmal mit dem Wein oder löschen das ab. Und das kannst du auch mal mit in den Bräter hauen. Willst du mal die ganze Paprika schneiden? Ja, geh mal her. Das krieg ich hin. Okay. Sag mal, was ist eigentlich der größte Kochunfall, den du so in der Küche mal miterlebt hast? Vielleicht auch bei dir selbst. Oh, ich habe Tatsache mir letztes Jahr vom Happy Town, weißt du das noch, mit dem Finger? Ja, du hattest einen ramponierten Finger und das sah sehr böse aus. Ja. Und du solltest das eigentlich nicht bewegen, aber es hat trotzdem gut verheilt irgendwie dann am Ende, oder? Ja, naja, was ich auf dem Happy Town da mit dem Finger gemacht habe, ist eigentlich, da würde jeder Arzt mich für töten. Aber, nee, ich habe in der Küche mich blöderweise am Ende, wo ich Feierabend hatte, noch schön den Finger aufgeschnitten. Ja. An einem scharfen Metall und danach sogar noch die Küche sauber gemacht und geschrubbt. Ah. Und dann bin ich in die Notaufnahme. Gute Reihenfolge. Ja. Jetzt hauen wir das Gemüse mit rauf. Ja, ich bin nicht so schnell mit dem Schnibbeln. Nein, nein, alles gut. Und dann würzen wir das Ganze noch ein bisschen und dann war es das hier erst mal. Und dann schmort das. Und was ist der größte Unfall, den du mal so miterlebt hast? Fritteusenverbrennung. Das ist immer sehr böse. Also man denkt, Köche schneiden sich immer. Nein, Köche gehen jeden Tag mit dem Messer so um. Das können die aus MFF, aber das Gefährliche sind in der Küche die Verbrennung. Oh, da habe ich schon böse Sachen gesehen. Dann nehme ich hier mal so ein, zwei Frühlingszwiebeln. Kommt sowas häufig vor? Also irgendwie Verbrennungen, Verletzungen. Also jetzt mal von Azubis oder sowas mal abgesehen. Ja, wahrscheinlich relativ regelmäßig. Ja, du hast ja, du arbeitest ja eigentlich nur mit solchen Sachen. Dings hier, Rinnenladen. Alles rein da. Was macht der da? Ich habe ein bisschen Angst, dass das doch untergeht. Ich muss was gestehen. Ich habe ein Blatt in die Lorbeerblätter reingetan, was kein Lorbeerblatt ist. Ja. Die Lorbeerblätter kannst du jetzt aber ein paar reinmachen. Okay. Mach mal so. Verdammt, oh nein, hätte ich gewartet. So, dann kannst du hier auch nochmal von unseren kleinen Süßen das nehmen. Schöne Chilischoten getrocknet. Im Ganzen oder klar? Soll ich die zerreiben? Ja, bitte. Da nehmen wir so zwei, zwei Stück, drei Stück auf die Menge, dass es eine angenehme, schöne Schärfe hat, nicht zu doll. Jedes Mal, wenn Hack mit Chili ankommt und ich das schneide, vergesse ich das und reibe mir das danach in die Augen und das ist unangenehm. Sehr unangenehm. Soll ich noch irgendwas schnippeln? Nein, aber du kannst Bambus mal reinpacken. Da kannst du alles reinpacken. Was schmeckt der? Das schmeckt noch gar nichts. Genauso muss Bambus schmecken. Okay. Dann kannst du hiervon ein wenig nehmen. Sojasauce und Gewürz-Chutney. Genau. Da kannst du mal so das halbe Glas, probier das mal. Du musst ja immer vorher probieren, wie das schmeckt, damit du weißt, wie sich das dann später auch im Gericht entfaltet. Okay, so das halbe Ding, ne? Ja. Boah, sieht das gut aus, ey. Ein bisschen Ingwer. Aber ist das jetzt nicht eigentlich hier was Indisches? Ja, aber das meinte ich ja vorhin. Multiculi. Genau, nicht nur asiatische Produkte. Okay, davon? Genau, da kannst du fast die halbe Flasche. Okay, reicht? Mal verrühren vielleicht oder so? Ja, können wir gleich, aber Traubensaft. Darfst du mal reinkippen? Was macht der Traubensaft? Hat der irgendwie eine besondere Aufgabe? Ja, warte mal. Ich schenke dir erstmal ein bisschen ein. Traubensaft, ja. Okay, kippt man die halbe Flasche rein. Und Wasser. Wasser brauchen wir gleich nochmal mehr. Und dann? Umrühren. Ja, wäre es das eigentlich schon? Ja, das ist ja, wenn das alles bedeckt ist gleich mit Wasser, dann brauchst du da nicht großartig rühren. Fürs Erste. Okay, also das gibt jetzt alles einfach nur super viel Geschmack ab. Das sammelt sich in so einem Sud und das kocht dann. Genau. Und das wird dann schön geschmort. Da holen wir gleich noch und kippen wir noch was darauf und dann war es das. Wir können jetzt einfach schon mal das Ganze einstellen. Hanni, du bist der Temperaturmaster. Verdammt. Du kannst dir das auch richtig cool hier so an den Gürtel machen. Ja. Das wollen wir denn schweinen. Ah, piept er dann, wenn er nicht die richtige Temperatur hat oder so? Ja. Geil. Ey, damit kann das ja sogar ein Laie wie ich machen. Okay, 75 Grad. Ne, wir brauchen 92. Das kannst du auch verstellen. Achtung. Ne, nicht checken. Das Geschmorte läuft jetzt soweit. Das Pullepork läuft auch soweit. Da müssen wir jetzt im Endeffekt ständig die Temperatur kontrollieren. Und jetzt können wir gleich nebenbei anfangen, schon den Rotkohlsalat und die Briochebrötchen fertig zu machen. Alles klar. Kriegen noch einen Plan. Und ein paar Stunden können wir auch schon mal das erste probieren. Super. Okay. Subscribe to Hairdcore. Ja, sieht die anderen das genauso. Wunderbar. Du hast das Ganze im Kopf, ja. Ich lerne dazu, ich lerne dazu. Okay, Rotkohlsalat. Erstmal den Rotkohl schneiden. Genau, den darfst du aber schneiden. Und schön fein. Ich zeige dir das einmal. Das ist doch easy, oder? Ich habe ein bisschen diese Schneidetechnik trainiert. Ich kriege das dann. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da.